Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute nähen wir diesen Babystrambler hier. Ich hoffe, euch gefällt es und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, natürlich müssen wir ihn erstmal zuschneiden. Das Schnittmuster verlinke ich euch unten in der Infobox am besten. Und genau, ich habe ihn jetzt hier einmal zugeschnitten für euch. Einmal ein Vorderteil, ein Rückteil, dann noch die Innenteile, sage ich mal, und Bündchen, genau. Das Innenteil nähen wir also hier oben einmal ran, vorne, genauso wie auch auf der Rückseite, also bei dem Hinterteil, nähen wir eben auch das Innenteil einmal so ran. Und ich habe hier dunkelblaues Bündchen genommen, ich finde, das passt am besten. Und das brauchen wir natürlich zweimal für beide Beine. So, ich fange mal an mit dem Rückenteil und lege dieses Innenstück sozusagen einmal rechts auf rechts. Das heißt, die Seiten, die nachher außen sein sollen, aufeinander, die schönen Seiten sozusagen nach innen. So, und dann nähe ich halt einfach oben den Rand einmal entlang. Und das machen wir jetzt mal. Ihr könnt das Ganze natürlich auch feststecken mit Nadeln oder Klammern. Das mache ich immer nicht, weil, ja, ich zuppel mir das sozusagen beim Nähen immer zurecht. Damit komme ich einfach am besten klar. Und genau, das passt ganz gut. Aber ihr könnt das auch natürlich festmachen mit Stecknadeln oder so, so wie ihr es halt gerne möchtet. So, so sieht es fertig aus. Und dann drehen wir das Ganze einmal um. Ich finde das beim Nähen immer der schönste Moment. Und genau, dann ist das auch schon fertig, das Rückenteil. Dann geht es natürlich vorne weiter. Vorne machen wir jetzt einfach genau dasselbe. Hier wieder auch rechts auf rechts. Das heißt, das Muster jetzt sozusagen nach innen. Und die Naht ist genau dieselbe. Also wir nähen einmal genau das gleiche wie beim Rückenteil. Auch hier habe ich es wieder nicht festgesteckt. Aber wie gesagt, das könnt ihr eben auch anders machen. So wie ihr damit am besten klarkommt. Ich zuppel mir das hier immer so zurecht. Seht ihr jetzt so ein bisschen im Video, dass ich das einfach so ein bisschen mir da hinlege, wie es genäht werden muss. Und auch das wird dann umgedreht und dann ist es auch fertig. So, jetzt geht es ans Bündchen. Die Bündchen legen wir auch rechts auf rechts. Also die schönen Seite nach innen. Und dann nähen wir einfach hier entlang die offene Seite sozusagen. Und das machen wir natürlich auch bei dem anderen Bündchen für das andere Bein. Legen wir hier auch rechts auf rechts. Und dann wird das auch an der offenen Seite vernäht. Das mache ich euch jetzt auch einmal fertig. Das ist auch einfach ganz einfach. Das einmal so runter nähen. Das ist ganz, ganz easy. Nach dem Nähen müssen wir das Ganze einmal umstülpen. Das ist ziemlich schwer zu erklären. Also ihr habt das Bündchen so, wie ihr es gerade seht. Und dann stülpt ihr das einmal so um, dass die Nähte nach innen sind. Und so wird das nachher eben festgenäht sozusagen. Also, dass die Nähte eben nicht mehr zu sehen sind, ob außen, ob innen. Und genau, so sieht das Ganze dann aus. Und das Ganze machen wir eben auch bei dem anderen Bündchen von der anderen Seite. Erstmal wieder ordentlich hinlegen. Auch das könnt ihr natürlich zusammenstecken. Aber ich mache mir das immer ganz, ganz einfach und nähe einfach drauf los. Genau. Und auch das wird dann wieder umgedreht und eben so umgesteckt. Ja, dann haben wir alle Teile fertig. Und jetzt kommt es natürlich ans Zusammennähen, sage ich mal. Und dafür legen wir das Vorder- und das Rückteil rechts auf rechts. Ihr könnt es auch nochmal bügeln, denn passiert sowas, was ich hier hatte nicht. Natürlich, dass die Teile eben, dass der Stoff sich sozusagen ein bisschen aufrollt. Genau, hier hat es jetzt aber doch funktioniert. Und da nähen wir einmal natürlich die Außenseiten. Wenn wir es ordentlich hingelegt haben, nähen wir einmal die Außenseiten. Einmal links, dann natürlich noch den Schritt. Und dann natürlich noch die rechte Seite. Das muss natürlich alles einmal vernäht werden. Und genau, das mache ich hier auch einfach so. Das könnt ihr euch auch feststecken. Und dann ist der Stommler auch eigentlich schon fertig, wenn ich das alles vernäht habe. Ich habe jetzt zuerst den Schritt genäht. Und jetzt nähe ich die äußeren Seiten. Das lege ich mir auch einfach nochmal zurecht. Und ich nähe hier übrigens immer mit einer Overlock-Nähmaschine. Ich habe aber auch noch eine normale Nähmaschine, weil die Overlock ja nur sozusagen am Rand nähen kann. Und genau, mit der arbeite ich aber sehr, sehr gerne. Die versäubert, vernäht und macht alles so auf einmal. Das finde ich ganz, ganz toll. Das ist super praktisch bei Babykleidung, auch weil die Naht so flexibel ist. Ja, die überschüssigen Garne werden natürlich abgeschnitten. Und dann kommt schon die letzte Seite dran. Und dann haben wir so das Grundgerüst vom Strampler eigentlich auch schon fertig. Und ich finde, das geht auch ganz schön schnell. Also das Zuschneiden ist eine Sache, die am längsten dauert, glaube ich, beim Nähen. Das Vernähen ist eigentlich so, ja, nicht so intensiv, wie zeitintensiv, sage ich mal. Aber, ja, man sitzt ungefähr in so einem Strampler schon bestimmt eineinhalb Stunden, eine Stunde. Ähm, wenn man das alles ordentlich macht. Jetzt geht es ans Bündchen. Die beiden Bündchen habe ich ja vorbereitet. Und die Bündchen werden jetzt, äh, in den Strampler gesteckt. Und mit den offenen Seiten seht ihr gerade, ähm, nach außen. Also, ich stecke das so hinein in den Strampler. Und die offenen Seiten sind sozusagen dann außen. Die sieht man. So, und dann mache ich die Naht an die Naht. Sieht einfach am besten aus, wenn es fertig ist. Anstatt, dass da irgendwo so eine Naht, äh, zu sehen ist. Und dann wird das Ganze einfach, äh, dran genäht. Und beim Bündchen müsst ihr immer darauf achten, das Bündchen, äh, müsst ihr dehnen. Seht ihr auch gerade im Video. Es muss einfach so gedehnt werden, ähm, ja, damit dieser Ballon, äh, Fuß sozusagen entsteht. Äh, genau. Deswegen müsst ihr das so ein bisschen ziehen. Das ist aber beim Bündchen ganz, ganz einfach. Wenn ihr das Schnittmuster befolgt habt und das nicht zu kurz ist, dann passt das auch ganz gut. Und dann habt ihr eben diesen, ähm, ja, dieses Ballonartige sozusagen am Fuß. Ich habe hier ja auch einen Strampler genäht, der einfach ein bisschen pumpiger ist und ein bisschen lockerer. Genau, und so sieht das Ganze dann aus. Und das machen wir natürlich auch bei der anderen Seite. Da stecken wir auch wieder, ähm, das Bündchen rein. Das könnt ihr natürlich auch feststecken, wenn ihr das, ähm, besser findet. Aber das, äh, Ziehen sozusagen ist beim Nähen einfach am besten. Also wenn ihr das Bündchen dehnt, ähm, während ihr näht, ist es einfach am einfachsten. Und das hier nähen wir jetzt auch einfach zu. Und, äh, dann haben wir das auch eigentlich schon fertig. Dann müssen wir nichts mehr nähen am Strampler. Auch hier schneiden wir wieder das Garn ab, damit es alles schön sauber ist. Und dann das Umdrehen. Ich liebe es einfach. Ja, und dann ist der Strampler auch schon fertig. Der wird jetzt einmal gebügelt. Und dann geht's an die Knöpfe. Ich habe mir hier so eine Knopfbox bestellt, die ist super praktisch. Da ist so eine Zange dabei. Und, äh, da suche ich mir jetzt erstmal einen passenden Knopf raus. Eine passende Farbe. Und ich habe mir jetzt hier einfach für das Dunkelblau entschieden. Das passend zum Bündchen. Fand ich ganz passend, äh, zu dem Strambler. Da muss ich mir jetzt erstmal meine, äh, acht Dinger raussuchen für die, äh, vier Knöpfe. Und, ähm, dann können wir das Ganze einfach ranpinnen. So, die Teile habe ich jetzt alle zusammengesucht. Und dann, ähm, müssen wir jetzt erstmal schauen, wie nehmen wir, oder wie müssen die Knöpfe da rangemacht werden. So sieht das ja aus, wenn der nachher zu ist. Das heißt, ähm, ich fange oben immer an mit dem Knopf, ähm, und dann schaue ich, wie das Gegenstück, ähm, einfach bei dem anderen Teil natürlich sein muss. So, ich stecke mir das auf beide Seiten einmal rein. Und dann, äh, machen wir das mit der Zange einfach zu. Dann müssen wir einmal nur drücken und dann, äh, ist der Knopf auch schon fest. Also finde ich mega praktisch. Mit diesen Metallknöpfen komme ich überhaupt nicht zurecht. Ich finde diese Druckknöpfe sind einfach, ähm, ja, am besten. Und sie sind natürlich farblich auch sehr, sehr schön. Jetzt schauen wir, wo der ungefähr endet bei dem anderen Teil. Und dann, ähm, stecken wir auch da wieder das Teil rein. Oder die beiden Teile natürlich. Und machen das mit der Zange auch einfach mal, ähm, stecken und drücken das zusammen natürlich. Und dann ist die eine Seite auch schon fertig. Das gleiche machen wir einfach bei der anderen Seite. Äh, und dann ist der Strampler fertig. Ja. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir einen Baby-Strampler genäht. So, einmal zusammendrücken und schauen, ob es funktioniert. Und tadaa! Ist fertig. Ja, und das ist jetzt der fertige Strampler. So sieht er aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich dachte an eine Pumphose. Die nehme ich auch ganz, ganz viel. Und, ja, dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!